Hey Leute, was sage ich euch immer, Skat ist eines der härtesten Spiele der Welt, richtig brutal, eher früher als später, wirst du dir eine blutige Nase holen und das kann richtig wehtun, wenn es nicht trotzdem auch so unglaublich geil wäre. Jetzt am Wochenende war ich beim 8-Serien-Turnier Euroskat Open in Hohenroder, war übrigens ein super Turnier, allerdings lief bei mir die Karte irgendwie gar nicht, ich bin die ganze Zeit durchs Turnier getorkelt, schon ganz schlecht gestartet und es wurde nicht besser. Nach 7 Serien hatte ich immerhin mal so den 1000er-Schnitt das erste Mal gebissen, damit liest du zwar nicht weit vorne, aber immerhin so fürs gute Gefühl den 1000er-Schnitt wenigstens. Dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Geldpreis in der 8. Serie, dann gleich wieder eine 300 zum Abschluss, also völlig abgeschlagen. Bevor ich euch mal das eine oder andere Erlebnis oder die Verteilung besser gesagt zeige, die dazu geführt hat, können wir aber natürlich auch nochmal auf die Ergebnisse schauen, auf den Endstand. Da gibt es ein kleines Déjà-vu, wer sich erinnert, denn Sieger ist erneut geworden, wie auch im letzten Jahr, kennen die Richter. Herzlichen Glückwunsch, eine Riesenleistung. Der Mann hat im Moment einen guten Lauf, aber das alleine, wissen wir alle, reicht nicht, um hintereinander dreimal Bundesligameister zu werden. Zweiter bei der Weltmeisterschaft und jetzt auch zweimal hintereinander dieses Turnier für sich entschieden. Übrigens, wenn ihr hier die Liste durchgeht in einem sehr, sehr starken Feld, da packe ich euch gerne unten nochmal den Link rein. Könnt ihr euch die Einzelergebnisse, Serien, Teamwertung und so weiter anschauen, wie das Turnier gelaufen ist. Und wer sich in der Szene auskennt, da sind wirklich Top-Spieler am Start, von daher für mich auch kein Problem. Da kann man gut mal mit leben, sich nicht ganz oben zu platzieren. Auf jeden Fall, Candy, alles richtig gemacht, ganz starke Leistung, herzlichen Glückwunsch. Mitte der ersten Serie, in Hinterhand für 18, diesen schönen Ansatz bekommen drei obere Buben, ein Ass zu dritt. Der Rest natürlich noch nicht so überzeugend, aber mit dreien haben wir ja viele Möglichkeiten, was wir zu Trumpf machen. Schauen wir also einfach mal in den Skat. Dann sollte in aller Regel ein sehr gutes Spiel dabei rauskommen. Es gibt an sich nur eine Kombination, die aus diesem Spiel einen Scherbenhaufen macht, und das ist genau ein Kreuz und einen Pik dazu zu finden, sodass man nicht einen Sechstrümpfer mit Ass zu dritt dabei basteln kann oder einen Siebentrümpfer in Karo. Also, so, was musst du erstmal hinbekommen? Ich habe es geschafft. Erste Karte im Stock, Kreuz 9. Wir können das jetzt hier mal so überlegen, wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, so schlecht zu finden. Also, vier Karten in Karo können wir finden in der ersten Karte, den Karo Buben, das sind fünf. Fünf Karten in Herz machen das Spiel ebenfalls stark, sind zehn. Und Kreuz oder Pik Ass, das sind zwölf Karten, die wir schon mal finden können in der ersten Karte. Also, die Chance hier schlecht zu finden, erstmal nur 10 zu 22. Wenn wir dann aber diese 10 zu 22 gefunden haben, und das ist ja immerhin ungefähr 45 Prozent der Fälle, dann sind wir noch nicht verloren, denn jetzt kommt ja noch die zweite Karte. Und hier haben wir jetzt viel bessere Chancen, denn jetzt helfen uns wiederum vier Karos und der Karo Buben. Das sind fünf Kreuzen und fünf Herzen, das sind 15, so wie das Pik Ass 16. Es bleiben also nur noch fünf von 21 Karten, die wirklich schlecht sind. Und das bedeutet 10 durch 22 mal 5 durch 21. Das ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass man so einen Rotz findet. Das ist etwas mehr als 10 Prozent. Wenn dabei wenigstens noch eine dunkle 10 gewesen wäre, wäre auch noch eine kleine Verstärkung gewesen. Aber auch das war mir nicht vergönnt. Jetzt muss ich also mit so einem blöden Ding antreten. Habe jetzt irgendwie hier zwei gedrückt und Karo gespielt. Was soll ich euch sagen? Es kam direkt von Vorhand in eine blanke Herz raus. Herz 10 meine ich sogar. Herz 10, Herz Ass bedient. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Das Spiel habe ich nicht gewonnen. So, gut. Chance, ungefähr 10 Prozent so doof zu finden. Das kann ja mal vorkommen. Das ist noch kein Weinbruch. Wirklich gemerkt habe ich, dass das Turnier nicht für mich läuft, als ich genau die gleiche Konstellation, nicht ganz genau mit den gleichen Karten, den gleichen Luschen, aber immer Kreuzpik Herzbube oder Kreuzpik Karo Buben, ein Ass dabei, habe ich in der ersten Serie dann gleich dreimal bekommen, dreimal genauso gefunden. Und jedes Mal spielt Vorhand eine blanke Karte auf, wo ich den Zwilling in der Flosse habe. Mittelhand geht rauf, dann kommt die 10 hinterher hinten, Knisterung, Ladung. Alle drei riesen Eingangsspiele direkt platt. 8 zu 3 habe ich glaube ich gespielt, die erste Liste, oder 9 zu 3. Da wusste ich schon, das ist wohl nicht mein Turnier. Zum Glück war ich ja nicht der Einzige, der leiden musste. Jeder hat das eine oder andere Spiel abgeschrieben. Die einen halt ein paar mehr Spiele als die anderen. Hier bei diesem Spiel etwa war ich beteiligt. Ich saß hier in Vorhand, habe erst auf 36 gepasst und der Spieler in Mittelhand hat das Ding hier auf Herzhand durchgezogen. Klar, mit Kreuzpik Karo Buben und den 2 Drilling, das lässt du ungern laufen. Wenn natürlich 4 Trumpf stehen, ist es ein absoluter Scherbenhaufen. Denn die Beikarte mit Pik Dame blank und der Karo 10 zu dritt ist natürlich nicht so überzeugend. Andererseits, es kann ja auch immer mal was Gutes für dich drin liegen. Also wenn man schon ein bisschen hinten an ist im Turnierverlauf und das war glaube ich schon irgendwann die fünfte oder sechste Liste, dann absolut plausibel hier schon ein wenig aufs Gas zu gehen und diese Karte zu reizen. So lief das Spiel los. Es kam kreuzvoller, wurde gestochen mit Herz König, von hinten gedient mit der Kreuz Lusche. Das ist soweit erstmal in Ordnung. Jetzt geht es mit Trumpf los, natürlich von oben. Es fällt Trumpf Lusche und Trumpf Lusche, soweit noch nichts passiert. Auf den Pik Buben jetzt leider kein Trumpf mehr. Abwurf Kreuz Lusche Vorhand hat also ganz offensichtlich den Kreuz gereizt. Hier kommt jetzt aber schon wieder ein bisschen Kompensation. Es kommt das Trumpf Ass und das scheint nicht unbedingt ein Bluff zu sein, sondern die Trumpf 10 wird wirklich liegen. Denn warum sonst sollte der Spieler hier, also ich in dem Fall, das eine Auge aufgeben? Also ein wenig Hoffnung wieder für das Spiel und der dritte Stich beweist es jetzt auch und der sieht jetzt schon wieder ganz freundlich aus. Kreuz Dame und Herz Bube, das sind erst 5 Augen, also ein Kreuz vollen schon gestochen und 5 Augen, Trumpf geklärt. Da sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt kam Karo Dame von Vorhand und jetzt haben wir hier die entscheidende Situation im Spiel. Ja, was legt ihr denn? Ich gebe euch mal einen kleinen Moment Bedenkzeit, bevor ich euch jetzt verrate, dass es hier eine Siegkarte gibt und zwei Karten, die zur Niederlage führen. Die Siegkarte ist noch nicht hundertprozentig erkennbar, aber ich denke doch, dass es die größte Chance ist. Und zwar wäre die Siegkarte hier gewesen die Karo 10, obwohl das Karo Ass hinten sitzt und die Karo Dame blank war. Dann wären hier 24 gefallen auf insgesamt dann 29 und mit großer Sicherheit wäre danach auch Pik Ass und 10 auf den Tisch gekommen mit der Dame auf 53 und genauso macht der Spieler hier auch hinten dann mit der Karo Doppellusche noch einen Stich gegen König und 7. Und hier sitzt auch noch der Kreuzvolle. Das einzige Problem, was die Gegenspieler dann nicht gelöst bekommen hätten, wäre, dass hier neben der Pik 10 noch die Pik Lusche steht und wir hätten es nicht hinbekommen, jetzt die nötigen sieben Augen auf den Tisch zu legen, sondern nur Pik König, Pik Lusche. Da wäre die Karo 7 dann reingegangen. Was passierte stattdessen? Der Spieler nahm so einen Zug aus dem Mittelfeld, den Karo König. Und ganz leicht macht es der uns Gegenspielern vielleicht auch nicht. Andererseits, wenn hier noch ein Sieg zu suchen ist, dann muss auch so gespielt werden. Also Hinterhand mit den drei Karos, hat wohl schon erkannt, dass der blank war, ist jetzt aber weggeblieben. So, nun spielt er hier die Pik Dame raus und wenn es halt glücklich läuft, dann kommt jetzt auch der richtige Spieler an den Zug. Es fällt aber Pik Ass und Pik 10 und damit sitzt er gerade in Hinterhand. 29 für uns. Hier geht es auch wieder die Überlegung. Es kann ja auch mal die Karo Lusche liegen und nicht der Trumpf. Dann wäre es sicher nötig, jetzt direkt Karo Ass zu ziehen, damit dort der Kreuzvolle reingeht. Aber der Spieler hier hat zu Recht darüber kurz nachgedacht und erkannt, wenn da nur Karo König 10 gesessen hätten, dann wäre Mittelhand sicher auf die Karo Dame mit der 10 raufgegangen. Deswegen kommt jetzt hier noch der Zwischenzug Pik König, Pik Lusche und das ist Schach und Matt. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob der Spieler jetzt hier gestochen hat. Ich glaube, er hat sogar so blöffmäßig Karo 10 abgeworfen, was ihn dann auch begünstigt, wenn es eben nicht sowieso so sitzt, dass jetzt Karo Ass kommt und Kreuz Ass gewimmelt wird. Damit war das Spiel jetzt leider verloren. So, einen habe ich jetzt noch. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass die Verteilung und der Verlauf wirklich 1 zu 1 so war. Ich sag mal, sowas kann man sich auch gar nicht unbedingt ausdenken. Also so kreativ bin ich dann gar nicht. Es war, glaube ich, in der dritten oder vierten Liste. Stand schon nicht so dolle, aber davon abgesehen. In Mittelhand bekomme ich diese Karte mit Kreuz Ass den Lusche, Pik Ass Lusche, den beiden mittleren Buben. Ja, muss ich doch 18 sagen. Natürlich sage ich 18. Problematisch wird es, glaube ich, an sich erst, wenn Vorhand jetzt hält oder Hinterhand mir was 20 bietet, ob ich dann noch weitergehe. An sich will ich den 5-Trümpfer in Kreuz ja gar nicht spielen. Der soll eher Beikarte werden. Und dann wird es hier mit dem Schnee in den roten Karten schon gerne etwas kriminell, wenn jemand anders auch noch hat. Also weiß ich gar nicht, ob ich noch 20 Buben hätte. Aber ich bin für 18 Besitzer. Ich bin für 18 Besitzer und finde jetzt schon mal nicht besonders gut. Andererseits auch schon so, dass ich genau weiß, was ich zu tun habe. Pik Lusche, das ist dann der fünfte Trumpf. Herz 10 ist eine kleine Verstärkung. Die behalte ich bei solchen Karten im Blatt. Ist zwar auch nicht immer richtig. Manchmal ist es dann auch richtig, Herz 10 zu drücken und eine Karolusche etwa. Das zeigt dann der Spielverlauf. Aber grundsätzlich bietet die Herz 10 ja erstmal die Chance, einen Stich in der Beikarte zu machen. Also so gedrückt und Pik getauft. Das war der erste Stich. Herz Ass, Herz Lusche und Herz König. Ja, ich war begeistert. Hätte ich mir eine Karte ausgesucht von Vorhand, das hätte Herz Ass sein sollen. Also kurze Freude und jetzt kam der typisch, der Skat-typische Anschiss hinterher. Es kommt Kreuz 9, Kreuz Ass. Ich denke wunderbar. Erst die 10 hochgespielt, jetzt wirst du eingespielt. Jetzt überraschenderweise schnippi schnappi knacki. Pik 10 meldet mir hier Kreuz Ass ab. Also viermal Kreuz in Vorhand 36 und jetzt kommt ja auch nicht überraschend die Herz Dame hinterher. Ja, jetzt war ich übrigens in Schneider-Gefahr. Wenn der Spieler in Vorhand hier einsticht, dann werde ich in diesem Spiel nur ein einziges volles machen und das ist mein Pik Ass. Denn ich muss die Herz 10 legen und danach kann Hinterhand, der übrigens nur zwei Trümpfe hat, auch noch die Kreuz 10 abstechen. Die Karte saß aber tatsächlich hier so extrem eben Vorhand, hat vier Trümpfe, vier Kreuze, das blanke Herz Ass. Der wusste jetzt natürlich nicht ganz genau, ob ich die Herz 10 habe. Gut, vielleicht war es auch ein bisschen zu schnell gedacht. Auf jeden Fall, statt zu stechen, hat er hier lieber die blanke Karo-Dame abgeworfen. Und ja, falls ich das Karo Ass in der Hand gehabt hätte, wäre das ja auch ein guter Zug gewesen. Dann hätte ich vielleicht die Herz 10 gedrückt. So war das gerade meine Chance, dass ich hier noch aus dem Schneider gekommen bin, denn jetzt habe ich natürlich Trumpf gezogen. Ja, hier fehlt die Dame, glaube ich. Kann auch König gewinnen sein, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Jedenfalls, ich blieb am Spiel. Ich weiß gar nicht, es ist ja schon zu sehen, was jetzt hier für ein Ungemacht droht. Ich weiß gar nicht, kann sein. Ich habe jedenfalls Trumpf weitergezogen, ob es nur ein Herzbuche war oder ein anderer. Auf jeden Fall. Hinten standen jetzt auch noch beide Karofollen. Also, besonders viel habe ich nicht bekommen. Immerhin aus dem Schneider trotzdem einmal wieder herzlich gelacht, einmal durchgepustet. So schön ist eben nur Skat. Das Gute nach dem Turnier ist ja bekanntlich vor dem Turnier. Heute Abend geht es schon weiter mit der nächsten Rocket-Monatsmission. Ich bin wieder am Start und dann am nächsten Wochenende Städtipp-Pokal in Elmenhorst. Achtermannschaften, da habe ich schon richtig Lust zu. Also kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Weiter geht es, weiter geht es und beim nächsten Mal finde ich vielleicht auch mal wieder Uwe Ass und dann wird alles schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nach dem Tannier ist der Zeit.